Schade, ne? Schade? Katastrophe. Was denn? Burdi. Nee. Doch. Wie denn? Ganz einfach. Einfach so. Es sei so, als ewig dahin sich. Ja, gibt Schlimmeres, ne? Gibt immer was Schlimmeres, Kalle. Aber dreimal hintereinander verlieren? Eigentlich ein schöner Tod. Wie was? Ist einer gestorben? Peter Bodensky. Burdi? Nee. Doch. Wie denn? Schlaganfall. Heute früh am Klo. So genau wollte ich es auch nicht wissen. Ja, ich sage euch was, Leute. Auf jetzt kommen die Einschläge immer näher. Und legen seinen Leib in Gottes Acker. Wo ist Dieter? Sucht einen Parkplatz. Erde zu Erde. Klassenfahrt. Asche zu Asche. Bindung. Staub zu Staub. Daumen, Didi. Rücken. Reha. Hat Gott es gefunden? Du stehst doch vor der Tür. Wie ist das schon unter der Erde, Peter? Du kannst ja nachgucken, wenn du uns nicht glaubst. Nee, lassen wir das Licht ganz gut da unten, ne? Vielleicht steht aber auch schon da oben. Stimmt das? Nein. Was? Die sind wieder zusammen. Wer? The Clowns. Echt? Hör mal. Von mir, ne? Habt ihr Rat nicht? Ist das klar? Bitteschön. Mit Honig? Ja, ja. Blütenhonig. Weinbrand. Macht Lazido genauso. Ist der nicht blind? Liebes Publikum, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Es ist soweit. Das ultimative Comeback. Die beste Band Fiemelhausens. Älter, lauter, besser. I give you the Clowns. Die beste Band Fiemelhausens. 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 Untertitelung des ZDF, 2020